Bus von Polizei gerammt. 13.12. So und ich werde jetzt Busfahrer. So sieht's aus. Oh. Ja, Alter. Ey, Polizei rammt mich. Ich bin bei Rot stehen geblieben. Polizei rammt mich. Bus kaputt. Was soll das? Bus von Polizei gerammt. 13.12. Hallo, wo ist da wer? Guten Tag. Bis sich der einpackt, bin ich aber auch schon wieder zehnmal weg. Grüß Gott, die Herren. Guten Tag. Was denn passiert? Gut. Also, mir ist, ich bin natürlich vorschriftsmäßig bei Rot stehen geblieben und mir ist hinten direkt die Polizei raufgeknallt. Und wo ist sie hin? Ja, weitergefahren mit Blaulicht, als wäre nichts gewesen. Quasi. Jetzt fährt dein Auto nicht mehr weiter oder? Korrekt, ja. Die Polizei fährt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. So ist es. Richtig. Keine Ahnung, ich reparier da schnell. Wunderbar. Sie hätten trotzdem für den Vorfall noch eine Rechnung ausstellen müssen. Was? Es war der Officer. Natürlich. Ich werde Ihnen die Rechnung ausstellen. Sie können damit dann zur Polizei gehen. Sie werden den Vorfall bestimmt mit Ihnen klären können und die Rechnung dann begleichen. Okay, das werde ich. Genau. Die Rechnung haben Sie. Klären Sie bitte einen Rest mit der Polizei. Jawohl. Super. Perfekt. Gutschön. Dankeschön. Wiedersehen. Ich habe Schaum vor dem Mund. Ich habe Schaum vor dem Mund, sage ich euch. Ja. Da gibt es eine Dacke. Scheiß Kibara. Aber wer weiß, vielleicht fange ich auch bald dort an. Hallo. Officer. Hallo. Knock, knock. Hallo. Guten Tag. Schaut gut aus. Danke. Ich hätte eine Beschwerde. Ja, bitte. Und zwar folgendes. Ich in meinem täglichen Beruf Busfahrer war vor der Sonnenwende unterwegs. Habe natürlich die Passanten hingebracht, wo sie wollen. Als plötzlich eine Polizeistreife mit direkt hinten reinknallt. Blaulicht war an. Ich bei Rot brav stehen geblieben, wie sich es gehört. Polizei fährt weg, mein Bus geht nicht mehr. Ich, ADAC gerufen natürlich, als Gutbürger, stellte mir eine Rechnung von 2.000 Euro aus. Und die Kollegen sind wahrscheinlich weitergefahren. Und die Kollegen sind wahrscheinlich weitergefahren. Die Kollegen sind natürlich weitergefahren, ja. Das ist jetzt immer schwierig, ne? Versetzen sie sich in meine Lage. Ich meine, ich will jetzt nicht so darstellen, aber da könnte ja jeder kommen, ne? Das ist natürlich blöd. Nein, 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 nein. Das lasse ich nicht wieder einfallen. Ich hatte keine Augen dafür. Ich habe nicht mal gewusst, wo vorne und hinten ist. Ich habe mich um meine Passanten gekümmert, die im Bus mitfahren, ja? Wissen Sie, erste Hilfe muss ich auch als Busfahrer leisten, ja? Ja. Moment, mal eben. Ja, gerne. Two hours later. Klar, warten Sie mal kurz hier, bitte. Gerne. Ja, muss man noch kurz warten. Man hat sonst nichts zu tun, also wir sind ja, wenn dann sowieso hier sein. Ja, natürlich hätte ich was zu tun, ne? Also ich muss ja meine Busroute einhalten, ja, aber ich will nicht wissen, was mein Chef wieder sagt. Ich habe eh nicht das beste Standing, ich gebe es zu. Kann Ihr Chef das nicht geben? Ist es nicht versichert? Nein, nein, nein. Das ist ein Blaulicht-Einsatz gewesen, ja. Das Problem ist, dass ich es ja auch nicht zum ersten Mal höre, dass sowas passiert. Das ist ganz sicher. Hat schon ein fahrtsicheres Training bei der Polizei gegeben. Vielleicht ist da der Fehler, zu suchen. Wegen Ihrem Bus, da kann ich jetzt leider sofort nichts machen. Ich hole es gerade unseren Vizepräsidenten ab, der ist warum auch immer beim SG. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie noch Zeit haben, aber Sie können sich nochmal hinfragen. Aber das dauert kurz, bis wir den abgeholt haben. Okay. Na gut. Ich sage mal so. Ich begebe mich nochmal in die Arbeit und komme später nochmal. Ich habe dann eh bald Dienstschluss, ja. Wieder auf die armen Schlucker. Kennt man. Während der Vize fünfstellige einkassiert. So. Busfahrt vorbei. Was mit den Kohlen? So, also, was ist mit den Kohlen? Ja, das interessiert. Ja, und was ist mit den Kohlen? Worum es geht, hätte ich gerne gewusst. Und was mit den Kohlen ist? Hilfe! 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 Guten Tag. Jetzt hat. Wir haben uns gerade unterhalten, oder? Sind Sie jetzt außer Dienst? So ist es. Konnte das jetzt schon geklärt werden? Ja, jetzt haben Sie den Polizeivize vor sich stehen. Okay, wunderbar, Herr Polizeivize. Ja, ich begrüße Sie. Grüße Sie. Folge, ich weiß nicht, ob Ihnen Ihr Kollege mein Problem schon geschildert hat. Ja, aber angeblich ist ein Polizeiwagen in den LKW reingefahren. Nicht angeblich, äh, ein Polizeiwagen ist in meinen Bus reingefahren, beziehungsweise der Bus von meinem Chef. Was? Aha, okay. Jetzt sind Sie gut betroffen. Der Herr? Scheiße, hab ich nix gegessen. Ich glaub, den müssen wir zum Medik bringen. Oh, je. Herr Odo. Herr Odo. Herr Odo, er ist jetzt nicht dies geschafft. Ja, mach einfach. So, ihr Lieben, alles gut bei euch sonst? Alles gut, danke. Alles gut. Gut, wenn was ist, einfach Bescheid sagen, ne? Machen wir. Danke schön. Bis später. Tschüss. So, anscheinend hat mich die Sonnenwende etwas ausgenockt, aber ich bin jetzt wieder da, wie man sieht. Achso, und ich dachte, dass sie auch sind gewusst, weil sie kein Geld haben oder weil sie so viel dehydriert sind, weil sie so viel geschwitzt haben. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Aber hier nicht zu Hause, ja. Also, ich hab mich ja, ich hab einen Kollegen ja gesagt, ich hab mich natürlich um meine Passanten kümmern müssen, ne? Das ist natürlich mein oberstes Gut, ja. Und ich kann natürlich meinem Chef nicht vorlegen, ja, weil ich ja nicht schuld bin. Das ist schon klar, ja. Das verstehe ich schon. Nur das Ganze ist, es kann halt natürlich jeder hierher kommen und sagen, die Polizei ist hier reingefahren, ja? Also, irgendwer muss ja von ihren Kollegen mir reingefahren sein. Wie gesagt, wir haben keine Meldung diesbezüglich erhalten. Wenn die Polizei ehrlich ist, wenn man der Polizei vertrauen kann. Aber ein anderer hier ist auch nicht im Dienst. Na gut. Schauen Sie, ich werde das Ganze aufnehmen. Ja? Haben Sie auch den Führer schon eigentlich für mich? Natürlich. Perfekt. Wer, ich? Ich hab gesagt perfekt. Ja, und ich hab gefragt, ob ich perfekt bin oder wem. Na, das ist okay. Ja, nur generell gemeint, ne? Auch den C-Schein haben. Na klar. Keine halben Sachen, oder? Das stimmt. Wunderbar. So, ich hab geschrieben, dass Sie aussagen, dass ein Strafenwagen bei Ihnen hinten reingefahren ist. Circa um 21.10 Uhr am 19.10. Und Sie möchten gerne eine Bezahlung von 2.500 Dollar diesbezüglich haben. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Wobei mit Zinsen können es auch 2.500 nachher sein. Die Zeit vergeht ja rasend hier. Wir sind ja kein Bank hier. Zahlst du beim ADAC, ich bin ein paar Stunden ein, hast gleich wieder die nächsten 500 drauf. Das stimmt, ja. Ja. Ich hab das Ganze mal aufgenommen, ich werd mich dahinter setzen. Okay. Ich werd schauen, welcher Kollege da noch im Dienst war. Ich werd mir sowas auf dem Kollegen anhören. Wunderbar. Wir werden da sicher aufeinander kommen. Wunderbar. Offices, das war es, oder? Fürs Erste. Rego. Natürlich, ja. Bleib sauber. Immer weiße Weste. Seit 1984. Sehr schön. In diesem Sinne, eingenehmen Dienst, Offices. Ciao, ciao. Ciao, ciao.